Song mit Kolle, ne? Ja, ist bald. Steht bald an. So viel kann ich mir schon mal verhalten. Ein wunderschönes, äh, ja, warte mal, hatten die nicht mal Beef gehabt? Doch, oder? Nee, doch nicht mehr? Wie? Die haben jetzt einen Part aufgenommen. Nein, einen ganzen Track, meine lieben Freunde. Oh mein Gott, oh mein Gott, Freunde. Also es erwartet uns ein krasser Track. Public Enemies nennt sich der Track, meine lieben Freunde. Es wird ein sogenanntes Kollaborationsvideo-Song sein mit Kollegah, mit Farid Bang, mit Flair. Ja, eventuell sogar Bas-Hultan Hengst wird auch da eine Rolle drin spielen. Ich weiß nicht genau was, aber eine Rolle spielt der junge Yeah-Rap-Rapper, ja, der unter Bushido, ähm, ja, Bushidos Ex-Freund, kann man so sagen, ne? Ähm, ja. Ich werde euch mal einige Sequenzen aus diesem, äh, exklusiven Video, ähm, zeigen, ja. Guckt alle, was geht ab bei Bas-Hultan Hengst in seiner Insta-Story. Shit. Shit. Also, es wird ein sehr spannender Spielfilm-Video sein, meine lieben Freunde. Es wird auf jeden Fall sehr krass werden. Ich danke euch schon mal, dass ihr euch dieses Video reingezogen habt. Macht's gut. Peace and outs. Wir wollen ganz nach oben.